Internet und YouTube, wir sind hier bei Resident Evil 5, ganz was Neues, bisschen retro von 2009, mit dem Dude. Oh mein, hallöchen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Part 1 und etc. nenne, wir spielen einfach, solange es uns Spaß macht. Und alle Leute, ist hoch. Ganz einfach ist die Sache, oder? So sieht's aus. What are you doing? Ich habe das Intro verpasst, wegen dem Coop-Beitreten und so weiter. Aber es spielt kein Ding, jeder ist ja völlig wurscht. Sollte, eigentlich, ja. Wir müssen noch Fleisch einkaufen gehen. Wo ist der Markt? Da vorne, der sieht wie ein Fleischer aus für mich. Du siehst heiß aus. Danke, du auch. Diese muskulösen Oberarme. Ja, man, wie im echten Leben. Ja, so haben sich die Leute dich mal vorgestellt. Ich muss mir sagen, so habe ich mir dich nicht vorgestellt. Das höre ich öfters, ja. Was? Da ist der Psycho wieder. Entschuldigung, wo ist jeder Markt? Oh, hier gibt's Fleisch. Komm, hörst du mal zum Shoppen auf. Du bist hier gleich in den nächsten Klamotten. Ach, Mann. Es will nie meinen Spaß. Was machen die hier? Das sieht nach Spaß aus. Kann ich mitmachen? Das ist... Irgend so was wie Topf schlagen, oder? Sack schlagen. Wer steckt da drinnen wohl? Weiß nicht, niemand bewegt sich nicht, oder? Das ist bestimmt nur Kampf drin. Die sind sehr unfreundlich, ja? Sie spiele ich nicht weiter. Garde. Weg mit der Karte. Braucht kein Mensch. Heiß, 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 heiß. Ich glaube, die machen Mittagspause. Vom Winde verweht. Siesta. Butchery. Sind wir ganz allein? Komm, ich laufe nicht falsch richtig. Kommst du etwa auf... Unentscheidige... Nein, nein, nein. Ich meine, wenn du möchtest? Nein. Also. So, alter Verschönheit. Danke. Gut, ihr seid beide hier. Ja. Komm. Gut, ihr seid beide hier. Ihr auch. Diesen Weg. Vielleicht wegen der neuen Regierung, was hast du da für ein Tattoo-Rack? Was hast du da für ein Tattoo-Rack? Ähm, ich kann es selber nicht so gut sehen. Leider, ich kann wenig von mir sehen. Ein Koffer ist meine Waffe, oder was? Oder was? Jeder nur einen Koffer. Die teilen wir uns. Alright. Und ich bin voll. So, das Wort eins. Ich liebe diese... Ich liebe diese... Cinematic... Du hast keine Ahnung von den Ludabudas, oder? Nein, absolut. Ja, das ist jetzt blind. Ja, ne, es geht auch. Ah, ist ein bisschen blöd. Zwecks, äh, Part 4. Du weißt doch, ich bereite mich immer perfekt vor. Ja, ja, okay. Also nicht Part, also Teil 4 von Resident Evil. Okay, so. Unser Turban-Freund hat sich gar nicht vorgestellt. Steuerungsarten. Sie können die, was interessiert mich das? Zurück, weiter. Weiter, weiter, schließen, danke. Ja, ich habe alles gelesen. Ich habe gelesen, ich kann dich auf V retten. Wie auch immer. Ich habe die Taste vergessen dafür. Verdammt. Ah, jetzt habe ich sie. Das ist retten? Okay. Ja, super. Jetzt hast du die ganzen Vögel verscheucht. Oh. Also, dann sparsam mit der Munition. Wir haben doch jede Menge. Du bist so verschwenderisch geworden. Das ist, ich war nie anders. Das war eine andere Frau. Achso, ich verwechsel sie. Ich glaube auch. Das ist, was ist das? Da liegt ein Tierkrab auf dem Tisch. Ist er vielleicht von einer Zeremonie? Vor der Himmel, du schleppst mich auch an die schönsten Orte. Du wolltest doch ein romantisches Date haben, ja? Was ist das? Ja. Da liegt mir was anderes drunter vor. Alle Nicht-Eingeweihten werden ihre Strafe erhalten. Sie werden den heiligen Tod sterben. Wir werden sie von den Fesseln der Boshaftigkeit erlösen. Wenigstens optimistisch, ja. Eine praktisch platzierte Holzkiste. What? Das ist... Ja, sieh ab, das ist die. Best ever. Oh. Aha. Gold. Danke. Yes. Wer hat's genommen? Weiß nicht. Ich habe auch gelernt. Bei mir hat 100 angezeigt. Bei dir. Oh, Plätzchen. Bei mir auch. Ich glaube, beide kriegen das. Krieg ich die Pflanze auch? Nein. Nein, nein, nein. Du rauchst doch nicht. Diese Pflanzen. Oh. Hat jemand Schmerzen. Der braucht dringendrin Kraut. Der Arzt ist hier. Der Arzt ist hier. Achso. Jetzt muss ich auf dich warten. Ich sehe das blaue, ja, okay. Muss ich tun? Deine Brust ist ganz oros. Guckst du immer nur auf das Ei? Die Waffen meiner Frau. Ach, Zahnarzt. Tja. Salmonellenvergiftung. Hm. Jetzt weiß ich ja, warum die alle so rote Augen haben hier. Glaubst du? Ich meine, ich bin kein Arzt, aber ich würde sagen, er ist nicht okay. Riecht nicht gut um ihn. Jetzt weint er. Super. 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 Oh Gott. Oh, 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 oh. Ich hab ihn. Oh, F, 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 aufhört, Haken, F. Ja, geht nichts. Du musst in den Kopf schießen. Achso. Hast du denn nichts gelernt? All den Zombi. Das sind zwar kein Zombi, aber. Könnt ich ihm jetzt in den Kopf schießen? Wegt sich nicht mehr. Hauptsache, hier steht ein Fernseher. Wollen wir auf was Gutes? Jetzt nicht mehr. Super! Du kaufst einen neuen, das sag ich dir. Oh, 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 oh! Munition! Dankeschön! Ja, man kann sich ja... Ich weiß nicht, wie komm ich denn ins Inventar? I don't know. E. Wir können ja uns die Inventarsachen hinterher schieben. Ach, stimmt, ja. Irgendwie. Wenn ich weiß, wie. Ja, du klickst doch auf E-Inventar und dann... Tschüss! Warte auf mich! Wo bist du denn? Ich spring? Sauber, elegant! Na, hallo! Respekt. Warte mal, ich glaube, ich muss neben dir stehen und dann drücke ich... Come on! Nein. Du drückst einfach E und dann auf das Wasser... Benutzen, geben, wegwerfen. Okay, aber ich will dir eh nix geben. Was für Taschengeld? Ey, komm! 45... 45% Rabatt auf Tomaten! Hier. Das war die falsche Richtung. Du läufst noch, wir machen das. Du hast dich doch jetzt... Wir haben uns doch nicht verlaufen jetzt, oder? Ist nicht dein Ernst? Ja, die Karte. Ah, Sequenz. Die waren alle die 45% Rabatt! Tomaten! Oh, Schlussverkauf. No, run! 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 Ey, ich weiß nicht wohin. Warte, ich bin hier gegen die Wand gelaufen. Ah, hier! Komm! Wieso rennen die jetzt unter mir her? W-w-w-w-gau hier! Versuch! Mach die Tür! Danke! Oh, oh! Gute Pflanze! Zu zweit könnte man diese Tür eintreten. Na komm! Haha, ich hab sie eingetreten. Was liegt... Was sind das? 10.50? Was ist das? Was für große Äxte haben die hier. Ich würde sagen, was ist das für ein Riesentopf hier? Ja, die Proportionen der Axt rangemessen wahrscheinlich. Wer soll denn das alles essen? Ich möchte von hier nichts essen. Eine riesige Axt. Ich hab Munition. Lade dich nach. Kistos! Zerstörers. Oh! Gold! Gold! Alles meins! Davon nicht! Ey! Jesus Christus! Ich denke... Get down to the ground! Können wir uns nicht so eine Axt mitnehmen? Und wer soll das riesige Ding schleppen? Ich! Ha! Das ist das kräftigste von uns beiden hier. Was hängt hier... Ah! Immer auf der verfaulten Haut rumliegen. Schaust du mir unter die Schiene? Nein! Okay! Gut, dass du vorgegangen bist! Ah ja! Verdammt! Wir müssen das anders teilen. Das ist meins. Du kannst die Pistolen Munition haben. Okay. Warte, 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 warte. I'm combination... Nein! Nicht Partner heilen! Ah! Verdammt! Ehh! Wie war das? Kombinieren mit... Okay! Very good! Okay! Komm, mach dich nützlich! Gutes halt geht! Speicherwitsch! Wechseln wir eigentlich jetzt die Sehenswürdigkeiten, hm? Das kann doch noch nicht alles gewesen sein hier. Wir sind doch unterwegs! Ah, siehst du? So, jetzt extra für dich die Sequenz. Ich hab' ein gutes Gefühl. Wieso hab' ich keins? Du weißt nicht, was du sprachst! Du kannst alle zur Hölle gehen! Warte eine Minute. Ralfa... Das ist doch... ...der Typ mit der 1-Minute-Sequenz. Das nenn' ich mehr aus! Oh! Oh! Du kannst den Schnitzel flöpfen! Oh-oh! Was? Ich mein' dich! Ich mein' dich! Beschimpfte mich! Ja! Tja, ich würde jetzt sagen, du machst das und ich, äh... Er sagte eindeutig, kürt ihn zu unserem neuen König. Ich hab' das... Ich nehm' hier das Gold mal. Ich hab' da auch irgendwas. Machst du hier Vitamine? Schneidest du die Finger klein? Okay. Kommen die jetzt eigentlich oder haben wir noch Zeit? Ja, die kommen jetzt, soweit ich. Ja. Ich bin noch nicht fertig. Öffnen! Ah, noch mehr... Munition! Dankeschön! Fernseher! Das war's! Okay! Okay, okay, okay! Oh, die sind schon da! Warte, kommt einer! Da ist schon einer hier! Oh mein Gott! Lass mich hier raus! Ich bin jetzt zu eng! Oh! Hey, da, 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 da! Nicht, dass wir da die Munition und du das, du die Tür oder so oder so. Müssen wir eigentlich jetzt alle töten oder können wir eigentlich nicht wegra-laufen? Ich glaube, wir müssen das heizen, den wir. Oh! Easy going! Liegt Gold vor der Tür! Ja, geh nur hin und hol's dir! Hab ich vor! Geh nur hin! Mein Gold! Ah, 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 ah! Kurt! Komm in! Oh, jetzt kommen sie von der anderen Seite auch noch! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh mein Gott! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh mein Gott! Oh, come on! Oh, fuck! Oh! Haben wir's geschafft? Ich glaube! Nein! Wir haben gar nicht's geschafft! Hinter dir! Hinter dir! Er hat Gold schon wieder! Hör auf mit dem Gold jetzt! Ich bin ne Frau, ich muss! Du bist so sexistisch! Wie die Gold hier rumliegt! Komm, ich will auch was davon haben! Okay! Wird das toll hier! Oh, no! Big Daddy ist hier! Big Daddy! Oh, 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 oh! Was schwingt der da? Was schwingt der da? Okay, du machst den großen! Ich kümmere mich um die anderen, oder? Wow! Hallo! Was? Ist das ein Deal? Ähm... Komm mir aus! Ich glaube, er hat mich! Ich bin tot! Oh, na du stirbst! Du kannst nicht sterben! Hier! Nimm das Deo von Axe! Hinter dir! Ich hab dich gerettet! Ich hab dich gerettet! Ich hoffe zum Thema! Oh, keine Muni! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Du kannst dich sterben! Hör auf zum Sterben! Du musst hier weg! Das ist hier raus, bitte! Ich mag's hier nicht mehr! Oh, oh! Ich hab welche! Oh, hier ist Gold! Das ist wichtiger! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Na, hier ist wieder Munition! Du versteckst dich hier draußen, während ich hier den Pöbel drinnen hab! Was für Pöbel? Effe überspringen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hier geht die Munition lang! Oh! Oh! Ähm, ich habe keinen Schuss mehr! Äh, du musst von Munition zuhören! Hier liegt welche drinnen, aber ich hab auch keine mehr! Shit, du Matze! Der Fett sagt, mach die Tür zu! Ich komm hier nicht rein! Au! Jetzt geht's! Wo ist Munition? Ja, wenn du die abknallst, oder? Äh, wir lassen mal... Einmal, warte! Warte, 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 warte! Geht's nun? Hinter dir, der Große! Wir müssen raus hier! Raus, raus, raus! Er drin ist wesentlich zu eng! Ja, jetzt! Ja, jetzt kommt der hier auch zu mir hier! Au! Ich bin schwer angeschlagen, möchte ich dazu nur! Du kannst nicht sterben! Ich hab keine... Das endet nicht gut! Ah, hier können wir tatsächlich raus! Oh, ich bin tot! No! Rette mich! Rette mich! Warte, 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 warte! Gib mir den Axel! Oh, danke! Jetzt riecht mir nichts wieder gut! Oh, ich hab keine Lust mehr! Okay! Okay, doch hier rum! Hier muss irgendwo Munition und... Au! Irgendwie ohne Energie liegen! Ich hab wieder keine Munition mehr! Vielleicht müssen wir noch zum Tor? Ja! Ah! Wir können es nicht öffnen! Nee, 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 nee! Hier liegt Munition! Hier liegt Munition! Du musst die Orangen kaputt schneiden! Oh, oh, oh! Wo ist der Große? Der ist mir grad egal! Wir sind zu viele Kleine, da brauche ich nicht nur irgendwelche Großen! Au, wer... Naaah! Ja, aber wenn der Große aufhört... Warte mal kurz, warte mal kurz! Ja, das kann sein, natürlich! Sicherlich kommen die Kleinen immer, immer wieder! Ja... Was steht hier? Er... Springen! Wuhu! Ah, die können auch springen! Die Idioten! Fuck! Okay, diese... Warte, 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 warte! Die... Die Fester! Die Fester! Wir müssen auf die Fester schießen! Warte! Wenn die kommen... Äh... Wäre elegant, wenn der Große reingeht! Äh... Oh, shit! Ich mach nen Abgang! Haha! Ich würd gern... Ah, jetzt! Ach ne, das ist ja ne Sackgasse! Also ich hab... Ich hab keine... Oh, jetzt kommen sie! Ach, jetzt tu was! Du bist hier der Profi! Los! Der Große muss hier zu nem Fass kommen, alles andere ist sinnlos! Oh oh! Nein! Nicht drauf gehen! Ich schwör dir! Ich schwör dir! Ich schwör dir! Du bist nur noch... Das hier! Wach! Ich bin wach! Da müssen wir zu nem Fass locken, oder was? Ich krieg dann auf die Mütze! Ich weiß nicht, vielleicht würden Schüsse reichen, aber... Wo ist ein Fass? Oh oh! Hier liegt Munition in den Heusern, ich müsste nochmal... Ist nix! Oh oh! Nein 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 Nein! No, 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 no... No, 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 no! Ich chip gleich um! Ich bin alleine! Ich bin alleine! Ich sprenge dich um! Wo bist du? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schwache Geschlecht! �- myślę! Ja, supi, dupi. Ihre Partnerin ist tot. Danke, du. Glück beim nächsten Mal. Scheiße, ja. Okay. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Jetzt reiß dich zusammen. Okay. Der Belebung, bitte. Okay, danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.